Jetzt kommt Werner Hehl aus Südtirol, gebürtig in Miran. Mittlerweile wohnt er im Passajatal, die Eltern vermieten dort Apartments. Hat überrascht gestern mit einem 13. Platz im Training gestürzt. Aber es ist ein echter Draufgänger. Ist noch dabei hier, versucht er sehr hoch zu bleiben. Viel Tempo mitzunehmen in das Gleitstück hinein. Hat nicht schlecht ausgesehen von hier. Sattelansprung, auch kein Problem für ihn gewesen. Zumindest mal einer, der in der Nähe ist. Von Mario Scheiber bis zu diesem Streckenabschnitt zumindest. Hohe Geschwindigkeit. Oh, da hat sie ihn ein bisschen verschlagen. Hat er so eine kleine Bodenwelle übersehen gehabt. Werner Hehl, der Wahlmünchner. Freundin wohnt dort. Viel Tempo hat er da verloren und dadurch auch viel Zeit. Auch hier muss er nachdrücken. Einmal, zweimal sitzt mit dem Popo auf den Ski entknapp. Auf der Bindung fast. Nicht ideal gewesen. Oh, pass auf, Werner! Zweiter Platz. Die Flugshow. Von Kitzbühel geht weiter. Auch ihm passiert fast ein ähnlicher Fehler wie Scott McCartney, meine Damen und Herren. Schauen Sie, er kommt ein bisschen tief hinten mit dem Gesäß an den Sprung heran. Hermann Mayer oben. Die extrem langen.